Hey Leute! Willkommen zu Super Mario Maker 2! Saug, als du wieder eingeschaltet hast, gib eine Bewertung, schreib einen schönen Kommentar und dann viel Spaß mit der Folge! Zio, das Level ist relativ einfach nach meinem Empfinden. Ich hoffe es gefällt dir. Okay, jetzt blamier ich mich wahrscheinlich und spiele. Luke, Jungle Cave. Äh, Rätsel klassisch. Okay, ich bin gespannt. Hoppala. Wahrscheinlich. Okay. Okay. Mehr geht nicht. Okay. Ich würde jetzt sagen, mogli-mäßig hier hoch. Okay. Äh, do you want me verarschen? Oh Gott. Na was, schon. Alles okay. Dacht schon. Das sind die geilsten Levels mit diesem blöden Ding da. Das bauen sie ständig wieder ein. Oh Gott, sorry. Äh, ich find's super anstrengend. Okay, den muss ich noch überleben. Den muss ich noch schaffen. Ah! Hilfe! Okay. Hilfe! Hilfe! Okay. Oh, oh. Oh, wow! Okay, schnell durch! Oh. Okay. Checkpoint, bitte! Checkpoint! Okay, ich mach mal. Hopp! Hopp! Okay. Hopp! Und hopp! Und hopp! Boah! Ja, und jetzt? Sehr schön! Da Friesi! Hat Artmist, äh, Carina sogar, äh, ein Abo gegeben. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Wow, man kann so hoch springen! Wuhu! zack! AAAAA! Okay! Sorry fürثرsteuern. Nein! Okay. Hä! Mir hab´s geschafft vorn. Wow! 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 Okay, geschafft! Du 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 du! Ah! Äh! Aber der eilt hin und her! Was soll ich denn machen? Der Typ geht weg Da ist am besten springen, oder? Wenn ich oben bin, kann ich nochmal abspringen Wenn er bei mir ist, loslaufen Oh! Oh! Da... Oh! Ah! Ah! Okay! So! Jungs! Was ist hier los? Wenn ich sprinte? Wenn ich sprinte? Ja! Häh! Geld! Ganz ruhig! Hä? 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 Tatsächlich viel höher! Äh! Ich hab ja ein paar Türen! Wo komm ich da hin? Okay! Wo bleibt denn der Mann? Okay! Wo bleibt denn der Mann? Okay! Jungs! 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 Das Level ist voll einfach! Hehehehe! Boah! Digi! Digi! Gar nicht schwer! Gar nicht schwer das Level! Hehehe! Ich find's nicht schwer! Huh! Checkpoint eventuell wär nett! Ein süßes kleines Dschungel-Level! Ganz schnell durchgespielt! Super easy! Kein bisschen schwer! Leben! Danke! Brauch ich ja voll grad! Ja! Das ist es doch! Das Ziel! Boah! Ich bin der Erste, der es geschafft hat! Jemals! Probiert mir meinen Rekord zu knacken! Wett ist nicht mehr schwer! Jojo-Check hat Getze One Up! Ich bin gespannt! Ich geh mal rein! Okay! Ich guck mal! Was zum Geier war das denn gerade? Das war ja mal ein richtig gutes Level! Das war ja mal... keine Ahnung... Nicht nochmal spielen! Ich will nicht nochmal! Nein! Level beenden, man! Okay! Level für Zeo! Tatsächlich! Oh, ich seh schon! Auto-Level wahrscheinlich! Ich bin gespannt! Und los! Äh, ich geh mal da rein! Oh Mann! Okay! Das hinterste! Was ist das? Macht ja voll Sinn! Der pennt! Und los geht's! Juhu! Los! Ich will nicht wegwerfen! Wenn der Mario drin rum geschustert wird! Okay! Weiter geht's! Achso, okay! Und durch! Da stand Zeo! Ruhe und Frieden Aufwand! War ein schönes Level! War super! Juhu! So, das war's dann auch schon wieder! Ja! Hat Spaß gemacht! War ja ganz witzig! Und ja, dann bis zum nächsten Mal! Wenn's wieder heißt, Zeo verkackt total! Ja, wenn du selber mal ein Level einsenden möchtest, dann gerne hier in die Kommentare posten! Dann kommt es hoffentlich bald dran! Ja, mit ein bisschen Glück natürlich! So, jetzt aber Feierabend! So, jetzt aber Feierabend!